Herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Heute sehen wir uns wieder einige sehr spannende Themen an. Zum einen geht es um die Frage, ob die Bitcoin-Korrektur nun vorbei ist. Außerdem gibt es einen Airdrop in El Salvador für jeden Bürger. Und zu guter Letzt geht es noch um EEP 1559, das Upgrade, das implementiert werden sollte, wie hier der aktuelle Status ist, sehen wir uns ebenfalls an. Wenn dir diese Themen jetzt schon gefallen und du auch in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest, dann lass doch gerne direkt erstmal einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal. Da sehen wir uns das allererste Thema an und hierbei geht es vor allem um die Frage, ob die Bitcoin-Korrektur vorbei ist. Wir sehen ja, dass der Bitcoin sich etwas stabilisiert hat. Wir konnten in den letzten 24 Stunden zwischen 4 und 5 Prozent wieder gut machen. Und in dem Moment, wenn der Bitcoin anfängt zu steigen, haben wir in der Regel eine relativ hohe Korrelation zu den meisten anderen Outcoins, die dann ebenfalls anfangen zu steigen. Dadurch konnte ETH ebenfalls um knapp 2 Prozent nach oben gehen, XRP um knapp 3 Prozent und viele weitere Coins haben ebenfalls ähnliche Bewegungen hingelegt. Außerdem ist auch die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes nach oben gegangen, auch um knapp 5 Prozent. Es sieht also gerade so aus, als würde sich der Markt immer weiter erholen und als könnten wir im besten Fall natürlich einen weiteren Bullrun hinlegen. Aber es gibt eben auch Aussagen von einigen On-Chain-Analysten, die davon ausgehen, dass es jetzt genau zwei Szenarien geben kann. Zum einen könnte es also so sein, dass der Bitcoin bei 29.000 US-Dollar den Boden gesehen hat und ein weiteres und neues All-Time-High versucht anzugreifen in den kommenden Wochen und Monaten. Oder alternativ könnte es sein, dass der Bitcoin Richtung 20.000 US-Dollar konsolidiert, was dann der entscheidende Support sein soll und anschließend gäbe es erst eine weitere positive Bewegung. Das Ganze ist natürlich nicht komplett klar und es gibt hier verschiedenste Analysten, die das ganze Thema betrachten. Es gibt auch hier weiterhin zwei Lager. Ich persönlich halte es für am sinnvollsten, das Ganze langfristig orientiert zu betrachten, vor allem über die nächsten Jahre, da ich davon ausgehe und daran glaube, dass der Bitcoin langfristig gesehen nämlich nicht nur dieses Niveau zum einen halten kann, sondern eben auch weiter wachsen wird. Der Bitcoin ist nun mal die größte Kryptowährung, die wir am Markt haben und jeder, der sich mit dem Thema Kryptowährungen auseinandersetzt, der setzt sich automatisch erst mit dem Bitcoin auseinander. Wir sehen unfassbar viele institutionelle Investoren, die angefangen haben, in den Bitcoin zu investieren, viele Unternehmen, die angefangen haben, einige Produkte auf dem Bitcoin aufzubauen oder diese Produkte mit dem Bitcoin zu kombinieren. Aber wir sehen eben auch einige Länder, die nun den Plan haben und diesen verfolgen, den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel zu implementieren. Das heißt also, die Bitcoin-Adoption, die schreitet immer weiter voran. Viele Unternehmen, viele Investoren haben Angst davor, in Zukunft von einer Inflation getroffen zu werden und sehen den Bitcoin als Wertspeicher an und versuchen so zum Teil, wie zum Beispiel MicroStrategy, auch Bargeldbestände loszuwerden. All diese Dinge sind aus meiner Sicht vor allem für den Bitcoin sehr, sehr gut und für den Bitcoin-Preis und würden eben auch darin enden, dass der Bitcoin-Preis sich vor allem in der langfristigen Hinsicht weiter positiv verändert. Es bleibt definitiv spannend in dem Kontext. Auch Plan B ist weiterhin der Meinung, dass 100.000 US-Dollar sehr realistisch sind. Das Stock-to-Flow-Modell hebt er hierbei natürlich immer wieder in den Vordergrund, wobei auch er ab und zu mal nervös wird. Zum einen haben wir im März 2020 eine sehr kurze Situation gehabt, in der der Bitcoin ordentlich gecrasht ist. Das ist relativ gut hier auch zu sehen. Und ansonsten gibt es natürlich auch die eine oder andere Abweichung vom Stock-to-Flow-Modell, wo wir also nicht mehr in dem blauen Bereich waren oder eben diesem Weg hier gefolgt sind, sondern der Bitcoin dann eben nach oben oder nach unten ausgeschlagen ist. Und das sind die Situationen, die auch Plan B für sehr nervös hält. Er hält dennoch an seiner Stock-to-Flow-Modell-Prognose fest und ist weiterhin davon überzeugt, dass wir in diesem Jahr die 100.000 US-Dollar noch sehen können. Ich bin sehr gespannt, ob er recht behalten wird. Das wäre das beste Ergebnis, was wir im Bitcoin-Kontext gesehen hätten. Und das wäre ein wunderbarer Abschluss für dieses Jahr, wobei wir in dem Kontext aber noch sechs Monate haben. Und deswegen müssen wir uns in dem Fall etwas gedulden. Wenn du dich grundsätzlich mit dem Thema Bitcoin und Kryptowährungen auseinandersetzt, dann solltest du dir unbedingt die ersten beiden Links in der Videobeschreibung einmal angucken. Zum einen ein wunderbares Wallet und ein extrem interessantes Buch, was du unbedingt gelesen haben solltest. Sehen wir uns noch das zweite Thema an. Hierbei geht es um El Salvador. Ihr habt das alle mitbekommen. El Salvador möchte den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptieren. Das kleine Land hat keine eigene Währung und musste in der Vergangenheit immer auf den US-Dollar zurückgreifen, hat also starke Abhängigkeiten von den Zentralbanken aus den USA. Und nun möchte man sich mit dem Bitcoin komplett abkapseln und selber die Wirtschaft ankurbeln. Deswegen soll es für alle Bürger einen Airdrop in Höhe von 30 Dollar geben. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, die Adoption nach vorne zu bringen, auf der anderen Seite den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich mit dem Thema zu beschäftigen und die ersten Transaktionen durchzuführen. Das Ganze soll komplett gratis von der Regierung gesteuert werden. 30 Dollar sind für einige Menschen dort sicherlich nicht wenig Geld. Und das ist eine super Signalwirkung. Das bedeutet nämlich auf der anderen Seite auch, dass das Land weiterhin an den Plänen festhält. Der internationale Währungsfonds zum Beispiel möchte hierbei ja keine Unterstützung leisten und das hätte im Fall der Fälle auch die Pläne zum Einstürzen gebracht. Aber die Regierung hält an den Plänen fest und möchte weiter in die Richtung gehen. Es gibt hier natürlich trotzdem einige Oppositionelle, die sich gegen die Bitcoin-Gesetze aussprechen und nun auch versuchen, über verschiedene Wege nun also Klagen einzureichen, um das Thema nochmal zu kippen. Scheinbar wird es aber dennoch durchgehen. Wir sehen natürlich gerade im Kontext Mining einiges an Potenzial. Gerade das Thema Vulkan-Mining-Farmen zeigt eben, dass es möglich ist, über Geothermie unglaublich viel saubere Energie zu schaffen und diese auch sinnvoll zu nutzen. Es gibt in dem Land dann in Zukunft einige Geldautomaten, Bitcoin-Geldautomaten, die dann also in Zukunft aufgestellt werden sollen. Und am 7. September wird dann das Gesetz letztendlich in Kraft treten. Dann müssen alle Händler für sämtliche Waren den Bitcoin akzeptieren und zusätzlich weiterhin den US-Dollar. Und es wird sogar an einem eigenen Bitcoin-Wallet namens Shivo gearbeitet. Darüber soll dann auch der Airdrop verteilt werden. 30 US-Dollar, die an alle Kunden bzw. an alle Bürger gehen, die sich dort verifizieren und die App nutzen. Und anschließend gibt es dann, wie gesagt, den Airdrop. Das sind extrem positive Dinge, die hier passieren. Das Land hält an den Plänen fest. Und wenn es dann weitere Länder gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen, dann sehen wir hier eine Art Proof-of-Concept. Und das kann langfristig dazu führen, dass weitere Länder sich mit dem Thema beschäftigen und sogar die Entscheidung treffen könnten, den Bitcoin in Zukunft bzw. Kryptowährungen in Zukunft als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Sehen wir uns das letzte Thema an. Und hierbei geht es um einen weiteren ETH-Meilenstein. EP1559 wurde im Robsten Testnet nun implementiert. Wir haben bereits darüber gesprochen, dass EP1559 und der London Hardfork kommen wird. Und das Ganze wird einmal im Testnet durchprobiert. Es gibt hier verschiedene Ebenen, die nun mit dem Ganzen ausgestattet werden. Und das EP1559 ist quasi das Gebühren-Spar-Upgrade, so kann man das quasi bezeichnen. Und das wurde am 24. Juni um 2.23 Uhr implementiert. Es gibt hier auch einige Aussagen von einem der Entwickler, der darüber geschrieben hat und sagte, wir haben einen Block. Hat ein bisschen länger gedauert als erwartet, aber London ist live auf Robsten. Wunderbare Neuigkeiten also in dem Kontext. Der erste Schritt ist getan und nun werden wir in dem Testnet die ganze Testreihe sehen. Wir werden herausfinden, ob das Ganze so funktioniert, wie sich die Entwickler das vorstellen. Und damit rückt natürlich auch das Implementieren ins Mainnet immer näher. Ein wichtiges Upgrade ist das definitiv und sicherlich auch das Interessanteste. Mit dem London Hardfork gibt es ja einige Dinge, insgesamt fünf verschiedene EPs, die dann implementiert werden. Aber EP1559 ist nun mal das Bedeutendste. Dabei wird nämlich das Gebühren-System komplett verändert. Denn in Zukunft bezahlen die Nutzer statt der von den Minern festgelegten Transaktionsgebühren nun auch einen algorithmisch festgelegten Basissatz, also eine Basisgebühr. Und in Zukunft soll es dann auch die Möglichkeit geben, zum Beispiel an die Miner eine Art Trinkgeld mitzuüberweisen. Das wäre eine weitere Option, also um Trinkgelder bzw. Transaktionen hier zu beschleunigen. Und die Gebühren werden nach den Transaktionen oder mit den Transaktionen auch verbrannt. Was natürlich für alle Hodler super ist. Dadurch wird nämlich die Umlaufmenge auch immer weiter runter reduziert. Und das Ganze scheint sich erst einmal zu bewähren. Das funktioniert im ersten Schritt seit einem Tag soweit. Und wir werden jetzt erst in den kommenden Tagen und Wochen sehen, ob das Ganze auch genau so funktioniert, wie sich die Entwickler das vorgestellt haben. Im besten Fall wird das anschließend dann ins Mainnet übernommen und verändert die ETH-Gebührenkatastrophe, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, nachhaltig. Das wäre jedenfalls mein Wunsch in dem Kontext und das sind auch damit verbunden meine Hoffnungen. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erst mal ein Abo dalassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao.